dort kann ich hatte aber weggehen Fettsäure Mann hör doch auf wie du sagst du mal wieder nichts du musst scheiß Kind das war wegen Fettsäure ja angeblich wenn er wegen jeder Beleidung so was macht ne so das waren 5 Blöcke die ich da weg gemacht habe du machst aber immer irgendetwas war nicht wichtig warte mal auf mein Spielbuch die ganze Zeit zu ändern mach ich nicht meine Flo ja das hab ich nur gemacht weil du hier die ganzen schönen Glasscheiben zerschrotet hast schön ja die sind voll schön ja besser als seine Fresse Pagni was hat deine Fresse damit zu tun ja weil seine Fresse auch hässlich ist genau so wie die Scheiben die Kassel und Spruch nicht einfach an mir selber bringen das ist klar Klaus ja damit hast du ein Spruch geklaut denn nicht so hässlich wie deine Spruch Passier doch auf jetzt ein Block kaputt gemacht ja das ist sie hatte Zeit das ist nicht fatal du kannst Renni mal anfeuern du kannst Renni mal dazu auch anfeuern dass er auf geht nein 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 mach weiter passier mach weiter der September vor Ort also wenn die Aufstürst auf das Essen Hermann ja das ist ja auch das Angehörden Füßverscheidung Gott ist so schlecht so hat ein Zürich 15 Jahre und zwei Tage I'm off the tiger Falsch Prozent der Erbster 2 2 er wird aufpassen das kann ich jetzt kein Leben mein Koppel und er hat einen Papa sie machen mich unsichtbar das ist noch spannender hat nach einem schönen Kopf ich konnte 100 aber da muss ein 8 ist ganz um da ist mir ich denn die milch und liebe sie die milch auch Flo das ist voll sexy auch sauber vorliegen das ist nicht sexuell weil ich will nicht gleich die reichen mit dir schwer nein ich muss ganz anders auch scheiße ich hab sie schon davon lassen ja es war das mit voll viel scheiße quasi diese bisschen nicht tun vorerst klärt das haben ihn diesen karton o bei der abzuschießen das ist nicht mehr hallo ich bin auf dem buch das ist nicht was du hier mit dem leben man pass sie auf mit den scheiß feilen ich höre jetzt auf hat sie aus mich schon mal getroffen so knapp sie sind denn das glaubst du manchmal bist du dumm hör doch mal auf spitzenmäßig quasi was man wieder super gemacht die reifel wasser verdient ich hab sicher nicht zu sterben angeblich nur so scheiße nur so scheiße blöde sie hat mich nur beschützt ja voll hat sich abgeschossen tätig voll mit den fallen abgeschossen wirklich beschützt hat nicht weiter dich florian zur passie gesagt ich hab dich gemeint ich hab ich hab so dass er ja ich okay jetzt habe ich mich beschützt ja okay das habe ich jetzt nicht ich war ich war noch nicht mal halt die fresse und dann hat er dich ja beschützt dabei während ich nicht mal im game und warum nicht mal da hochgekommen bin ja er hat mich geschützt indem er sich aufhält mich die ganze Zeit mit fein zu beschießen du meinst ja doch sowieso am anfang nur getroffen und danach gesagt ich treffe dich sowieso nicht mehr ja aber das hat auch ein bisschen genervt danach du hast doch immer getroffen danach und das war auch ein bisschen nervig nachdem du den ersten sprung gemacht hast hab ich dich nicht getroffen pass jetzt war einfach nur scheißen nervig okay du musst auch noch fisch ja ich hab aufgehört ja los renne wenn du das verkackst bist du so scheiße geh weg passi muss ich hier spritten nein nein du musst einen einzelsprung oder ich weiß nicht äh einzelsprung ja einzelsprung einzelsprung an die letzten ja da ja oh god du bist so schlecht du bist so schlecht du bist so kacke wie kann man das ach du heilige boah gib auf gib bitte auf bitte bitte das war die das war ein einzelsprung oh god du gesicht ja frag mal du bist so schlecht wie kann man nur so schlecht sein wie kann man nur so schlecht sein feier mich an das war der letzte das war jetzt schon das sind weniger werden können hier bist du schlecht der Fressan René guck dir meine Fressan boah ey wie kann man nur so schlecht sein das war der letzte das war ein das war der letzte das war ein das war ein das war ein das war ein René bitte gehe mal auf nein jetzt wo ich Motivation habe Motivation wie kann man da noch Motivation haben wie kann man da noch Motivation haben ey wollen wir ne Aufnahmepause machen nein du wirst es jetzt beenden n wie kann man nur so schlecht sein ein paar 3 ich immer wieder halte heilter machen weiter wird taktiert ja das ging ja noch und passieren und jetzt Florent sich spät wie viel Flore hat mein Kürbiskopf ist weg die Katze aber wiederholen Flucht habe ich ja schon hey sie sind ich damit voll wenig ich sehe genug um zu sehen wie du fällst wie sieht das aus sie nicht wie es ist ja ziemlich creepy sie ziemlich wird sie aus bei dem Tächterpäck ist man richtig viel Träuber meinen nicht kann alles erkennen das ist echt nicht so Premium Paulin die du bist so schlechter jetzt kann man nur noch sein dass es schlecht ist du hast ein alt ich habe mich die ganze Zeit als schlechte Bedeutung hat passiert dann Tja aber wenn man werchen die wenn man das hier verkackt dann ist man schlecht einfach nur ein Einzel-Sprung was ich frage was du gemacht hast René dass du das nicht geschafft hast ich war direkt weiter gesprungen ich hatte nicht mehr Schiff gedrückt ja es sieht viel besser aus hä du siehst du siehst voll aus wie Boba Fett was am Arsch mit den richtig mit der weh weil dreh dich mal dreh dich mal alter dreh dich mal dreh dich mal dreh dich mal dreh dich mal aber ich glaube ich habe irgendwas kaputt gemacht was das jetzt wird passiert das das Block kaputt gemacht aber ja ich habe mich schon wieder repräsentiert zwei Schädel hat den Böse gemacht hehehe aber die sagt echt dass die Boba Fett boah alter voll creepy hattest du nicht sogar mein Boba Fett skin ja nein ich habe das Wort das war Boba Fett der Lufthansa aus ich hatte vor dem Geld das ist Boba Fett das ist immer gut es ist so dass er hat gesagt dass du Boba Fett hatte eigentlich hat er schon gesagt ja das ist früher gesagt komm ich habe ein Boba Fett das war ja auch Boba Fett hat ich doch nur als er ist die vollheitlich ausgubringen als Hakel ein Schwein ach ne das ist ein Mensch ein Schwein und das ist ein Mensch ich wollte jetzt gerade selber machen wenn er mal sehen wie ich ihn aus weil sehen wie ich ihn aus I've been trouble in Cray wie ich sehe scheiße damit sicher aber mach dir nichts draus sie sein ja passiv du kannst mal die Schnauze halten von dir will mal keiner reden aber von dir ja du hast doch von mir geredet so zack mal deine Schnauze mit dem Teil neun ok man muss mein Halk gesicht aber das sieht gar nicht aus wie Halk das sie übel so sehr voll viel zu nett siehst du aus G G G G G Hau ab Schmerzflutze ne du hast diesen Sprung hier verkackt ja halten wir das noch weiter vor die Nase ja fassen das ist ein Einzelsprung du musst zwei Blöcke nach vorne spielen so hier dann bist du auf der zweiten gelande und was machst du du hast wahrscheinlich jetzt komm das muss ich ja ich hatte noch den Sprung von vorher ich bin weiter drüber gegritt ja angeblich wie kann man da drüber glitschen du machst ein Einzelsprung da kann man selbst wenn man nicht Schiff drückt nicht drüber glitschen ja außer wenn man außer wenn man die ganze Zeit auch vorne drückt oder man richtig kacke ist ja so wie du und das Schlimme bist du bist da gesprungen und du hast es nicht geschafft ach ich weiß wo das Schafe ist ich auch was es ist tot du Mörder du kannst auch mal die Challenge schaffen boh René das hat jetzt alles übertroffen ne ja ich kann euch immer alles übertreffen boh René das ist so übel du hast es geschafft man kann man muss sagen du hast ab da hat man sagen Köln hat es geschafft da hätte das kann ich das kann wirklich nur der übelst beschissen das ist ein Typ verkacken man muss doch man muss doch fein richtig scheiße sein guck nicht einfach nur kacke sondern so richtig scheiße muss man dafür sein so richtig antipremium boh passi auf mit der scheiße meinst du so wie Pasi es gerade in dieser Aktion gemacht hast ja passi hör auf du hast meine Köpfe auch geschrotet die meisten werden denken wenn sie die Folgen gesehen haben wo du da unten verkackt hast ich würde es vor dir schaffen ja aber wenn sie jetzt diese Folge sehen dann sagen so Gott ist René dumm und schlecht das ist so dumm dumm weil man sich sprüht nicht verkackt dann muss man ein IQ von drei haben und diesen Spruch zu verkacken das hat doch nicht mit Dummheit zu tun doch wenn man zu dumm ist einen Spruch zu machen wenn man zu dumm ist die Leertasse zu drücken irgendwie sowas du bist dein übelsten Nose genau den ich kenne wie kann das mann die Scheiße aber so richtig mann Schabos wissen wer der Wawo ist ja ein Gebt nicht Schabos wissen wer Scheiße ist und das bist du boah ich habe irgendwie gedacht das passt jetzt was mit dem Schabos ja 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 guck mal wie schon zu sind Mauern unter Blöcke und Zäune unter Dekoration was wieso sind Mauern unter Blöcke und Zäune unter Dekoration und wieso sind Nähter Zäune äh wo sind Nähter Zäune wo ist ein Nähter Zäune ist er auch hier oh verkackt egal na 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 na